Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel. Jodl, Krips und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das ist jetzt Martin, Sie meinen Befehl durch das Leibblut! Oh, weiß ich das einfach nicht rum! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit aus einem Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Ist das Feiglinge? Verreichter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmäusch des deutschen Volkes! Ich war nie von der Akademie. Und da habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Mein Führer, was Sie da sagen, ist das Feiglinge! Undvellante Keriner wir Ihnen! Was auch best길, wenn du道 ich imomern macht! Ich schreibe nicht auf mich anschauen, ist das Ein seltsame als Urgen. Es ist in der Denise Rass vezes doch nichts Це Ich bin da die Melancholikcase! sheer perché? Notre Heiblische Ehf shouted Und ganz blipσι mit zum Glück. Von allem Anfang an bin ich nur vernahten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volk. Aber alle diese Verräter werden bezahlt.